Musik Ich hoffe, ich bin davon überzeugt, dass diese Syrien-Krise einfach noch mal sehr ins Blickfeld gerückt hat für viele Leute, dass es noch mal ein bisschen bewusster wurde den Menschen, dass sie das einfach noch mal so ein bisschen vergegenwärtig wurden. Musik Also ich komme von der Woche an der Gesamtschule und ein bisschen kooperativ, das ist bisher schon seit langem, schon seit drei Jahren. Also wir malen hier von Syrien hin, um die Probleme von Syrien, um aufmerksam zu machen für die Leute, die nicht wissen, welche Probleme es hier in Syrien gibt und zu zeigen, dass es immer noch andere Länder gibt, die auch immer noch Probleme haben. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.